ja willkommen zurück zu allem für grubber 11 nitro das ist jetzt der 16 zerteil räuber und dann daran versuchen wir ganz auf micro erst mal so zivil hol den wagen ein setz dich vorhin und bremst ihn langsam aus moment soll ich ihn ausbremsen ok musste jetzt die volat jetzt eher verknolend du hast eine Videospielmauere du hast die du hast du bist du bist du bist du bist du bist du bist Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Kreis fahre. Es gibt eine saftige Beschwerde. Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Kreis auf dem Kreis fahre. Ich habe das Gefühl, dass ich alle dann geraten können. Irgendwann hat sie alle eine gute Mauer der Waffe. Aua, der Vakuum ist stark, schädig, einsam abbrechen. Richtig. Probieren wir das ganze mal auf schwer. Hol den Wagen ein, setz dich vor ihn und bremst ihn langsam aus. Beep. 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 Okay, wenn ich gleich kann. Beep. Beep. Da hinten ist er. Beep. 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 Teatschild. Beep. Beep. Oh, der hat schon wieder einen Unfall gebaut. Mein Gott, ich hab ihn auf jeden Fall eingeholt. Mein Gott, ich hab ihn auf jeden Fall eingeholt. Mein Gott, ich hab ihn auf jeden Fall eingeholt. Das war gut, er wird langsamer. Mein Gott, ich hab ihn mit ihm gestartet. Er hat uns jetzt voll mehr gestellt, er ist Gott. Hoopa, ich hab ihn mit ihm. Ein Gott! ja versuchen wir das ganze noch auf mittel normal ich muss mich dran gewöhnen dass das normal hier ja machen wir das ganze noch mal auf leicht ich habe verloren aufgabe neu starten so ist es richtig wenn ihr keinen fehler mehr macht hat die ja 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 das war gut er wird langsamer ja du siehst als ich hier mit blauen dran vorbeifahren ne jetzt muss ich sagen ob zwischen hier ich habe hier gestanden da hinten war gestanden man das war schon so gut echt dynamit zerstören das war gut er wird langsamer das war gut er wird langsamer das war gut er wird langsamer ich weiß auch nicht wo sie ich weiß auch nicht wo lang die Schattenplanzeige ist das war gut er wird langsamer nachdem ist mal ein bisschen ausgetauscht ja Taxi Seil durch, er hat schon wieder einen Unfall gebaut. Oh, komm. Okay, ihr seid gleich dran. War schon dran. D'accord, da ist der Busch da, der sich richtig querstellt hat. Na, und das gibt nur nachtige Beschwerde. Ich hab' nicht gemacht, warum nicht? Ja komm, Alter. Der Wagen ist gelöst, ja. Ich hab' nicht gemacht, warum nicht? Ja komm, Alter. Der Wagen ist gelöst, ja. Wir sind langsam. Das war's für heute. Sehr gut, der war ein richtig gutes Manöver. Ich hab's geschafft. So, das war's aber mal wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hat euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuschauen.